Ich weiß gar nicht, ob man hier selber Kogmas spielen konnte. Da muss ich halt alle Kogmasen so aktiv mitnehmen, halten. Oh, dann kann ich die anderen Junis nicht halten, das ist auch doof. Ja, hier sind zwei Leute Kaiser, denke ich mir. Oh. Oh. Was für eine Region ist das? Achso, wir sind da mit zwei, wir sind da mit vier gleich automatisch. Auch Fortune? Nein, der fated. Alter, ich hab so F gelesen, ich hab mit Fortune. Ich glaub ich hab's noch gleichzeitig geschafft. Ich will halt gar nicht gewinnen, aber ich will auch nicht, also mit Absicht zu hart verlieren. Mach's so einfach. Okay. 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 Let's go. Come on. Come on. Gib mir den ersten schon. Hat jemand... Also wie Silber auch, man. Tja, keiner. Everything must go. Let's go. Annie, sorry. Annie aus dem Kasselsfer, aber ich brauch die gar nicht, ich hab so viel genügend, hab weh. Brauch ich gar nicht. So zwei, zwei, drei, ne? Wir voll Fokus. Wenn ich das hier richtig ausspiele, sind wir erst noch. Wir pennen. Toxin hab ich, ne? Oh Lord, ich brauch gar kein Ding. Level 8 spiel ich mit Voli und so, genau. Level 8 spiel ich nicht viel. Let's go. Full Fokus. Richtig ausspielen. Wir sind der erste. Let's game war auch schon erster. Ich hab nur reingetrollt. Ich dachte so, ja, ich bin das normale Game einfach hier so. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber was für ein normales Game. Everything must go, ist nicht normal. Everything must go, ist nicht normal leider. Verlieren wir da? Perfekter Lose. Holy moly. Schönen Glück, Baby. 6, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 3. 3, 3, dann one more? One more, oder ne? Oh Gott, ich muss da raus. Der eine hat irgendwie so, ja, ich würde sagen, der eine hat so ein ganz komisches Spot aufgestellt. Ja, genau der hier. So ein ganz komisches Board aufs Feld gestellt. Weil der Switch and Gears hat also, ne? Ich glaube, wir verlieren. Holy man. Good stuff, good stuff. Ich will Timo gar nicht mitnehmen. Dann wird der aus Versehen aus dem Karussell Level 2. Na, 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 na. Na, na, im Fein. Im Fein. Ich dran. 2 Gold Cloak, wer sick. Erstmal 2 Gold Tier mit. So wie es ausschaut, ist Shoshin auch okay. Die Combo. Also ich wollte mal sagen, wo hat der geleuchtet, aber der kriegt irgendwelche Stats, ne? 3, 5, 7, 8, echt, ich hab 40 Gold. Ich hab nicht 40 Gold. Ich bin voll gehoht. Ich bin voll gehoht, hauptsächlich. Oh shit, mir wird schon wieder eingeholt. Schon wieder abfolgen. Ich bin voll gehoht. Ich bin voll gehoht. �간in, ganz bein, ganz bein. Das Klärchen, das Plärchen hier. Das Klärchen, pour Pärchen. ZOE! 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 Ich werd nicht für ZOE! ZOE! Wir müssen nicht so aufpassen. Der ist aber auch Level 5 und hat Blisting Strikes. Ich kann ihn eigentlich nicht gewinnen. Ich muss er nie überhaustun. Ich habe Angst. Der Tier könnte Shojin sein. Weltmorello. Ah ne ich hab Toxin. Toxin ich hab Toxin. Was ich mein hier? Last Whisper. Das Exalted eigentlich. Ich hab Last Whisper Shojin. Last Whisper Shojin mit Toxin scheint richtig gut zu sein. Weiß ich warum aber ist so. Last Whisper Shojin und hier Tank Items. Keine ZOE leider ne? Das ist ja auch 2. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Angst. 2, right? Eine, komm eine. Eine, okay. Okay. Wieso XP? Scheiße, Mann. Das Whisper war nicht gut. Fuck is. Ich hab Angst. Das ist ja wirklich stark jetzt. Ich hab keine Zoe ne? Ich glaub das ist okay. Ich glaub das reicht. Ich glaub er geht gegen mich, mein ich so. Ich glaub das reicht. So. Ich glaub jetzt können wir Kubuku 2 machen, oder? Oder nicht? Sicherlich wird jetzt keiner mehr mit Absicht inten, oder? Ich hab jetzt hier keiner mehr mit Absicht inten, oder? Ich hab jetzt hier keiner mehr mit Absicht inten, ja. Ich ping mich gleich an und so einen Scheiß. Ich hab eine Zoe hier, Mann. Ich hab eine Zoe hier. Nicht mit Absicht Jorik aus dem, danke. Das gibt auch gar keinen Sinn. Der F hier, Alter. Schwule, Alter. Meinst du, bei Humans dürfen wir noch killen, oder nicht? Ich darf Shoujin gar nicht bauen. Wir sind wohl gar nicht Kaiser. Oder? Wir sind wohl gar nicht Kaiser, Alter. Wenn ich gerade so. Ich hoffe eigentlich. Ich hab gegen ihn schon verloren, ne? Was ist er damals? Ja, wir müssen Saya-Carry spielen. Ich bin mir sicher. War da eine Zoe im Ding jetzt? Eins? Auf B-Level. Wann hab ich sie jetzt gar nicht bekommen? Auf dem Bodiebär potenziell, ne? Wenn ich Kaiser bin, ist das Shoujin. Aber... Das Ding ist auf Shoujin gut? Chat? Auf Saya? Oh, da ist eine Zoe, ne? 6! Oh! 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 4-6. 4-6, das ist... Hä? Okay, mein Game fängt in Stage 4-6 an. Scheiße. Scheiße. Game fängt erst in Stage 4-6 an, ne? Sicherlich müssen wir hier ein paar Units dann killen auf dem Weg dahin Und wir es dann überleben Okay, 4-6, dann in Nuge jetzt Ja, 4-6, in Nuge jetzt kann ich dann pivoten vielleicht 6 Runden 6 Runden, ich kick Ich kick 2 AP, ne, 3 AP oder so Ich muss halt nur 1, also 1 Ich glaube, wir sind tot Ich muss nur 1-2 Units killen hier immer dann Was für ein Loot ist das eigentlich am Ende? Was ist eigentlich der maximale Loot? 250 250, dann krieg ich Legendaries Dann krieg ich eine Legendary auf 3 Oder ein Mystery Gift, mit dem ich die Legendary auf 3 War spielig, Mann, war spielig Auf jeden Fall Level 9, Mann, mit der Jugendseite, okay Okay Muss ich hier rollen, oder nicht? Ich weiß es halt gar nicht Ich glaube, ich muss ein bisschen rollen, oder nicht? Ob ich so 1-2 Units killen kann Surely Oh, das ist gar nicht Für 11 kosten Wie nix, ne? Wait, 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 wait Der hat nämlich kein richtiges Team Könnte sein Aufgestellt Star, one more Hier rum Ich hab halt 1 AP dann 1 AP Was hab ich jetzt? 96 Ich hab halt 1 AP Und dann sind alle Unis auch weg einfach Geht gar nicht Weg mit dem Scheiß Geht gar nicht man Es geht gar nicht Das ist ja schon alle weg Sieht nach einem fetten Förster-Ave aus Ich sag wie es ist, Chat Musst du Morello-Slammen Das Shoshin-Kaiser-Toxin Da slam ich Morello Ich will aber da uns nicht slammen Wen? Timo 1 oder was? Wie wichtig ist dieser Heal? 1% Burn? Ist das viel? Es geht so, ne? Es geht so, glaub ich Es ist schwule, der ist all in 1-2 Juni-Skillen-Buddies 3 Runden noch Ich bin legit tot in 3 Runden, glaub ich, Chat Ich muss hier rollen Ich muss hier ein bisschen rollen Ich muss hier ein bisschen rollen Ich bin tot in 3 Runden Ja, I guess Neutrals ist meine Transition-Runde I guess Neutrals ist meine Transition-Runde, ja? Ich muss den Chennai mitnehmen I guess, ja Was rollen? Du killst nix? Das kommt mir auch so vor Kommt mir auf jeden Fall auch so vor, ja? Ich muss hier nix killen Das ist aber niemand, everything must go Das Fleisch ist okay Any? 28, 2 Runden Ich trau nicht, ich nehm Uli einfach mit, schon mal Actually no Diff, glaub ich Ich krieg nochmal 3 AP durch Fortune, oder nicht? At the start of each player kommt Ah, ne, ne Ich hab 31 Aus 2 Fights, ne? 2 Fights, ne? Neutrals muss ich dann alles wechseln 20 Gold Radiant Conversion Was soll das bedeuten? Muss alle meine Items Radiant werden, oder was? Was bedeutet der Scheiß? Was bedeutet der Scheiß, chat? Ich werde vor, jetzt hier jemand Jetzt opent jemand Actually, wir können gegen den gewinnen, chat No joke Wir können actually gegen den einen gewinnen Okay, fuck Fuck this shit 31 Ich hab gleich 34 Ich hab 34, ne? Bin ich noch tot? Level in rollen Ich glaub, wir müssen gleich leveln, wir müssen gleich leveln rollen Ich hab hier hier verloren 17 Level 20 Ne, ne, 2 Der ist nur Level 6 Ich bin ja trotzdem einer AP, oder nicht? Der ist Level 7 Der ist risky Der kann Nice, nice, nice Die war Unit Zone, wir leben noch Wir leben noch, chat Wir leben noch Guck mal, ist egal Ich hab nur 1 AP Ich hab nur 1 AP, ich hab nur 1 AP, nur Wir leben noch, wir leben noch Wir leben noch Okay, jetzt alles So, Fokus, alles verkaufen finns, strechen Ich binondo Das ist alles Das ist ja , dass ich mich auf Nice Ich bin Das ist Eine Das ist mother Ich bin Ich bin Ich bin Mehr Sie Oh Platz mehr hier, chat Da facken platzt mir, man Da liegt noch irgendein Scheiß Da facken platzt, was ist mein Team jetzt hier eigentlich? Fehlen Items oder so, wer ist mein vierter Dragon, Diana, vierte Dragon Für die Sandra Das ist mein Border, ich guess einfach Das sind meine Scheiß-Items eigentlich Oh mein Team sieht irgendwie Scheiße aus, ich hab gar keine Items Ich hab keine Items Chat, kann das sein? Hat der E-Räder? Ah, der Chat mit E-Räder Ich hab die Sin schon Die hab ich auch schon Das Kaiser brauchen die mehr Oh, keine Ahnung, was brauchen wir jetzt zurück? Ray? Ray, wo komm? Ray vielleicht Standard Legendary Board Machen wir einfach Ich bin mir nicht ganz sicher Was macht das Spiel hier überhaupt? So wenige Items gefühlt Ja, ich brauch ganz schnell Items hier, ziemlich sicher Ich hab auch Irelia-Carry hier irgendwie Will ich nicht Kaiser-Carry eigentlich haben? Ich glaub Kai, also Kaiser ist stärker als Irelia Ist das das Problem? Der verbuggt? Ich wollte gerade sagen, ist der verbuggt? Weil der ist irgendwie nicht gestorben Ich weiß auch gar nicht, was ich bekommen habe als Dinges Ist das noch eine Irelia? Ich steh einfach mit Ich steh einfach mit Max-Level und Re-Rolls Oh mein Gott, ich hab mit XP ausgegeben Ich hab mit fucking XP ausgegeben halt Ich hab so viel XP ausgegeben halt Ich wusste gar nicht Warten bis der eine rausfliegt Bukong spielen wir hier einfach nicht mehr Das ist mein Gameplay Bukong spielen wir hier einfach nicht mehr Ich verliere gegen die, glaub ich Gegen Gnaren so oder nicht? Kommen wir sofort Aber ich verliere gegen Gnaren so einen Scheiß No joke Was heißt Udiya? Tank noch für mich? Kommen wir sofort zu wie stark genug, um die zu besiegen Ist eine raus Der ist bald raus Ich bin mir sicher, der Jonspieler kann mich besiegen Bleiben die für immer oder sind die weg? Warten bis der einmal rausfliegt Richtig knar Der Jonspieler besiegt mich Der muss einmal raus Und dann können wir rollen Komm, Hini Medusa ist auf Zap drauf Wo hast du den down, guys? Wir brauchen Items für Ase Oder nicht? Der Parma Sisten, ich hab ein bisschen healing Ich kann doch nicht rollen, glaub ich Für was? Für Jenna 2? Fuck cares, oder? Ich hab gern BT diesen Udi gegeben Aber mein Ohrn war Level 1 Der eine ist draußen Kannst rollen Quay hätte ich gebraucht, ne? Ich hätte Quay spielen Ich hätte Quay spielen Ich hätte Quay spielen Mann, ey Ich will auch 1 Unit auf 3 Nicht alle Ich will 1 Unit auf 3 Nicht alle Der muss raus Der muss raus Der muss raus Soll ich jetzt den Platz auch mal dabei Wenn er nicht mehr Ich hoffe ich bin Asegott So 4 Hunde beleben werd ich glaub ich nicht Ist das Problem 2 Runde rollen glaub ich eigentlich Shit Millionen Millionsspieler Hat denn jemand Diese Oh sicherlich haben Leute Udi oder? Ne der hat keinen Udi Irgendjemand Udi? Ne keiner von denen hat irgendwas von denen Also können jede von den 3 halten Also Ase jetzt nicht mehr Ase verkauf jetzt Gold zum Rollen Einen von euch Morddog Ich hab so viel Ich hab halt XP Ich wusste gar nicht, dass ich XP Dings kommen kann und so Ich hab so viel Ich hab so viel Dings Ich sollte jetzt den nach vorne tun Frag dem Dinges Udi is surely right No trolling ok Ich will halt Iirela 3 auch noch Ich habe so viel Ja keine ahnung weiß ich nicht Da steht, max level in rerolls und dann krieg ich nur um 5x25 Gold, also das war ein Augment gab es mal so, dass es gemacht hat, aber auch das Ding ist hier gemacht, nur noch macht, keine Ahnung. So, Gott der ist so groß, ich kann nicht anklicken, ist echt crazy, ich kann nicht anklicken. Solo Frontline, man. Dann ne Botax, danke auch für 8 Monate. Die Bussi dir auch, ne? Dann die Yangsheng. Alter, man. Die Yangsheng. Eine Runde Länge und ich werd tot, shit. Eine Runde Länge, ich werd tot. Let's go. Holy shit, wir hatten 175er Cashout, ne? Ja, 175er Cashout hatten wir, fast den Max Cashout. 210, ja 210, aber es hat gestaffelt, wisst ihr? Es hat gestaffelt. Also ob ich 210 oder 175 habe, ist halt egal. 250 hätte ich gebraucht, bei 10er Cashout Fortune. Und ich denke, ich hab mich überrascht, das' mich überrascht. Ich bin glücklich. Wir kommen dann zum nächsten Mal, aber ich kann mich überraschend machen. Und ich bin so großartig, ich bin so großartig. Vielen Dank.